Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil des Vergleichs der Ursprungsplanung für die Bahnstrecke Erfurt-Ebensfeld mit dem, was dann tatsächlich gebaut worden ist. Los geht's diesmal mit den Portalbauwerken der beiden Tunnels Bläsberg und Silberberg. Im Dezember 2005 gab's bei den Hochtastfahrten mit dem ICES auf der damals brandneuen Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt einen Knall, beziehungsweise es knallte an mehreren Stellen, nämlich am Euerwang-Tunnel und am Irla-Hüll-Tunnel. Und das war das erste Mal, dass an einer deutschen Eisenbahnstrecke das sogenannte Tunnelknallphänomen auftrat. Das kannten deutsche Ingenieure bis dahin nur aus der Theorie und von Studienreisen nach Japan. Die japanische Eisenbahn hatte auf ihren Hochgeschwindigkeitsstrecken da schon Erfahrungen mitgesammelt und auch Abhilfemaßnahmen bereits erprobt. Bei einem Tunnel, der für dieses Tunnelknallphänomen anfällig ist, kommt es also dazu, dass die Druckwelle, die der schnell fahrende Zug vor sich herschiebt, sich dann bei der Ausfahrt aus dem Tunnel dann in Form von Schallwellen entlädt. Im besten Fall ist das einfach nur ein leises Plüppen und im schlechtesten Fall allerdings ein tatsächliches Donnergrollen, was man dann natürlich auch den Anwohnern dann nicht zumuten kann. Warum war das bis dahin in Deutschland nicht aufgetreten? Das lag daran, dass die Tunnel, die wir bis dahin in Betrieb genommen hatten an deutschen Schnellfahrstrecken, die waren entweder nicht lang genug. Das betraf zum Beispiel die Tunnel auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Oder sie hatten Schotteroberbau. Das betraf zum Beispiel die langen Tunnel, zum Beispiel Mündener Tunnel und Landrückentunnel auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Denn bei einem Schotteroberbau hat man zwischen diesen Schottersteinchen hat man da unbewegte Luftmassen, an denen sich diese Druckwelle, die vor dem Zug hergeschoben wird, dann da brechen kann, sodass sie nicht so viel Energie dann hat. Und im Fall der beiden Tunnel Euerwang und Illerhüll, da hatte man damit entweder nicht gerechnet oder man hatte vorher sich ausgerechnet, dass das wohl nicht knallen würde, hörbar. Und dann war man natürlich so ein bisschen in der Uhr, weil diese Strecke war dann jetzt hier fertig gebaut und man konnte also in die Bausubstanz dieser beiden Tunnel konnte man nicht mehr eingreifen. Und man hat sich dann beholfen, indem man in den beiden betroffenen Tunnels dann so Absorberplatten im Gleisbett installiert hat. Die sollen in ihrer Wirkung einen Schotteroberbau dann auch nachahmen. Und dadurch soll es dann eben verhindert werden, dass also wenn der Zug da aus dem Tunnel rausschießt, dass dann da ein hörbares Geräusch entsteht. Bei mindestens einem dieser beiden betroffenen Tunnel auf Nürnberg-Ingolstadt funktioniert das allerdings nur so halb. Also da ist dann doch immer noch ein leises Plöppen wohl zu hören. Ich weiß jetzt nicht, welcher der beiden das ist. 1996, als die Bahnstrecke Ebensfeld-Erfurt-Plan festgestellt wurde, da hatte man also das Tunnelknallphilomen auch noch nicht auf dem Schirm. Und entsprechend, wie hier zu sehen ist, hätte zum Beispiel der Tunnel Silberberg hier so ein 0815-Standard-Tunnelportal. Aber im Fall der VDE 8.1 war das eben dann noch nicht zu spät, um in diese Planung dann nochmal eingreifen zu können. Denn die Tunnel waren noch nicht angestochen. Nachdem also diese Probleme auf Nürnberg-Ingolstadt dann erstmals aufgetreten waren, konnte man sich dann für diese neue Strecke durch den Thüringer Wald noch Gedanken machen, wie man das hier dann nachhaltig abstellt. Und was man dann nämlich gebaut hat, ist an diesen beiden Tunnels, Bläsberg und Silberberg, an beiden Enden jeweils so eine Portalhaube. Diese Dinger sind jeweils im Einzelfall auf die Eigenarten des jeweiligen Tunnels dann bemessen. Die DB-Systemtechnik-Abteilung für Schallmessungen hat das also dann auch berechnet und jeweils einen Nachweis geführt, dass diese Portalhaube dann tatsächlich dazu führt, dass also kein hörbares Geräusch mehr entsteht. Wie funktioniert das jetzt? Die Wirkung von so einer Portalhaube setzt bereits bei der Einfahrt des Zuges an. Indem nämlich die Einfahrtdruckwelle, die sich also bildet, wenn hier der Zug dann hier in diesen sich verengenden Querschnitt dann da einfährt, diese erste Druckwelle kann sich dann hier durch diese Öffnungen im Dach dann erstmal noch entladen und fällt dadurch geringer aus. Und während der Zug dann weiter mit hoher Geschwindigkeit durch den Tunnel dann durchfährt, steilt sich diese Druckwelle dann allerdings dann eben mit zunehmender Fahrstrecke dann immer weiter auf. Aber eben dadurch, dass hier bei der Einfahrt sich der erste Stoß erstmal noch so ein bisschen entladen und abbauen konnte, dadurch ist dann bei der Ausfahrt des Tunnels erreicht die Druckwelle dann kein Niveau, was dann zu einem hörbaren Geräusch mehr führt. So in etwa und laienhaft erklärt, funktionieren also diese Portalhauben an diesen beiden Tunnels. Der sogenannte Interregio-Halt im Bahnhof Ilmenau-Wolfsberg. Ja, liebe Kinder, es gab früher mal eine Zuggattung, die nannte sich Interregio. Die wurden später dann alle zu Intercities umbenannt. Der Bahnhof Ilmenau-Wolfsberg, so wie er gebaut worden ist, ist zwar weiterhin dafür vorbereitet, dass man hier Bahnsteige errichtet. Die würden jeweils hier entstehen, ein Außenbahnsteig und hier zwischen diesen beiden Gleisen hier dort der andere auf dieser gegießten Fläche. Aber mal unter uns gesagt, dieser Reisezug halt in Ilmenau, der kommt nicht mehr. Die Deutsche Bahn hat also zu verstehen gegeben, dass sie kein Interesse daran hat, hier Fahrzeit zu verlieren, indem man auf diesem gottverlassenen Berg hier anhält. Und das Land Thüringen, da ist absehbar, dass sie mindestens im nächsten Jahrzehnt kein Geld dafür haben werden, um hier irgendwelchen Regionalverkehr zu bestellen, der dann von Wolfsberg nach Erfurt oder so pendeln würde. Also, liebe Ilmenauer, das hier hätte euer Bahnhof sein können. So hätte der ausgesehen. Es hätte hier also einen Fußgängertunnel gegeben und dann wäre man über so lange Rampen, so ähnlich wie beim Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, wäre man dann barrierefrei auf diese Bahnsteige gekommen. Die Bahnsteige hätten also hier an dieser Wirtschaftswegbrücke begonnen und sich dann bis hier hinten da erstreckt. Man sieht hier übrigens auch, während des laufenden Planfeststellungsverfahrens wurde hier der Parkplatz nochmal geändert. Das wurde alles irgendwie dann da rüber gespiegelt und die Parkflächen da auch offenbar irgendwie geändert oder erweitert. Ist mir nicht ganz klar, wurde nicht weiter erläutert in den Unterlagen. Vorgesehen waren übrigens hier auch acht Bußparkplätze. Und da habe ich dann ja ehrlich gesagt so Bilder im Kopf, dass also hier dann busladungsweise da irgendwelche Senioren da aus dem ICE rauspurzeln am Bahnhof Ilmenau und dann mit Bussen da in irgendwelche Hotels da im Thüringer Wald zur Kaffeefahrt dann weitergefahren werden. Es war übrigens kein Empfangsgebäude hier, Teil der Planfeststellung. Das kann zwei Dinge bedeuten. Entweder hatte man vor, ein Empfangsgebäude außerhalb des Verfahrens für die Bahnstrecke dann zu planen. Das ist durchaus ein übliches Vorgehen. Der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zum Beispiel war auch nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens für die eigentliche Bahnstrecke Hannover-Würzburg. Auf diese Art und Weise hatte man dann die Möglichkeit, einen vernünftigen Architektenwettbewerb zum Beispiel erstmal noch abzuhalten. Oder Möglichkeit zwei wäre, dass die Bahn von Anfang an sowieso nur vorhatte, in Ilmenau-Würzberg einfach nur einen Fahrkartenautomaten an den Parkplatz zu stellen, weil sich eine wie auch immer geartete Bahnhofsgastronomie oder gar irgendwie eine Shopping-Mall auf diesem zugigen Berg da oben abseits der Zivilisation wahrscheinlich sowieso nicht halten können würde. Das nächste Dorf, das ist Wümbach, ist von dem Bahnhof etwa anderthalb Kilometer entfernt. Wenn man gut zu Fuß ist, so wie ich, ich habe das inzwischen zweimal gemacht, bin von Wümbach zu Fuß auf diesen Berg gekraxelt zu dem Bahnhof. Dann kann man das noch so gerade eben bewältigen, aber mit Gepäck macht das ja kein Mensch. Und die eigentliche Kernstadt Ilmenau, die ist auch so weit entfernt, dass man da nicht ohne Auto oder öffentlichen Nahverkehr diesen Bahnhof dann erreichen können würde. Ja, wer natürlich ganz froh darüber sein dürfte, dass dieser Reisezug halt am Bahnhof Wolfsberg nicht gekommen ist, das dürfte das Bäuerchen sein, was diese Fläche hier bewirtschaftet. Landwirtschaftliche Nutzflächen sind ja heutzutage immer sehr, sehr knapp. Und dadurch, dass der Parkplatz hier also nicht entstanden ist, kann der hier weiter ackern. Bei der Wümbach-Talbrücke zwischen Wolfsberg und Aischleben war ursprünglich geplant, sie auf V-Stützen mit Betongelenken zu errichten. Das hätte dann so ausgesehen mit diesen V-förmigen Stützen hier, die dann insbesondere die Kräfte aus dem Beschleunigen und Bremsen von irgendwelchen Zügen und auch aus temperaturabhängigen Längenänderungen der Brücke in das Erdreich eingeleitet hätten. Und da hat dann das mit der Ausführungsplanung für diese Brücke beauftragte Ingenieurbüro EHS die Bahn dann gefragt, sagt mal, wollt ihr das eigentlich wirklich haben? Diese Betongelenke, die sind ja bautechnologisch nicht ganz ohne, auch ein bisschen risikobehaftet. Also beim Betonieren von so einem Betongelenk, da muss jeder Handgriff sitzen, ansonsten, wenn das misslingt, kann man das wegwerfen, weil es dann nämlich die Lasten nicht vernünftig aufnehmen kann. Und da hat die Firma EHS dann gesagt, wir machen euch ein Nebenangebot, einen Sondervorschlag. Warum machen wir nicht das, was sich dem Grunde nach bereits an der Fulda-Talbrücke Morschen zum Beispiel bewährt hat, nämlich einen sogenannten A-Bock, anstatt dieser V-Stützen. Und da hat die Bahn dann gesagt, jawohl, gute Idee, dann bauen wir eben das. Und es haben sich eben auch die Thüringer Behörden darauf eingelassen dann. Und deswegen sieht die fertiggestellte Brücke jetzt so aus. Das ist also jetzt der A-Bock dieser Wümbachtalbrücke. Nennenswerte Kostenvorteile ergeben sich dadurch zwar keine, aber es hat jedenfalls zumindest das Risiko ein bisschen gesenkt beim Bau. Es gibt übrigens im bayerischen Streckenabschnitt der VDE 8.1, gibt es eine Brücke, die dann doch nach diesem V-Stützen-auf-Betongelenk-Vorschlag realisiert worden ist. Und zwar die Thalbrücke Weißenbrunn am Forst. Weil wir erinnern uns an den ersten Teil dieses Videos. Die Bahn hatte in Bayern aus nicht immer unbedingt rational nachvollziehbaren Gründen offenbar eine Heidenangst vor den bayerischen Behörden. Und nachdem sie einmal Baurecht erlangt hatte für ihre Strecke, wollte man möglichst nichts mehr daran ändern. Und deswegen ist dann also dieser Ursprungsvorschlag mit V-Stützen-auf-Betongelenken bei der Thalbrücke Weißenbrunn am Forst dann auch tatsächlich bis zur Ausführung gekommen. Die Baufirma, die diese Brücke dann gebaut hat, bevor die die echte Brücke in Angriff nehmen durften, mussten die erstmal beweisen, dass sie es können und mussten einen Probekörper von so einem Betongelenk im Maßstab 1 zu 1 dann herstellen. Das musste passieren in einem Guss, das ist wichtig. Und nachdem das Ding dann fertig gegossen war, wurde es dann, nachdem es abgebunden war, dann zersägt, um innen drin gucken zu können, dass auch wirklich keine Fehlstellen im Beton drin waren, die also die korrekte Lastabtragung dann irgendwie behindert hätten. Und erst nachdem dieser Beweis dann erbracht war, durften sie dann die echten Betongelenke betonieren. Der Amtsentwurf der Grubentalbrücke bei Goldistal sah auch ganz anders aus als das, was dann schlussendlich realisiert worden ist. Das Wörtchen Amtsentwurf bedeutet übrigens nicht, dass irgendwie ein Amt die Brücke entworfen hätte, sondern einfach, dass das amtlich planfestgestellt worden war, mit Stempel drauf. Die meisten Talbrücken an der VDE 8.1 folgen ja dieser Standardarchitektur hier. Das heißt, die Pfeiler hier sind zwar unterschiedlich lang, jeweils nach Bedarf, aber doch alle mehr oder weniger gleich. Dann gibt es einen mehr oder weniger langen Bogen hier, mit so Stützen da drauf. Und dann eben, je nach Bedarf hier, die Konstruktionshöhe variiert dann, je nach Spannweite hier dann diesen Hohlkasten mit dem Fahrbahnträger oben drauf. Hier zu sehen ist übrigens mein Modell der Talbrücke Truckental. Die soll das darstellen. Auch die Grubentalbrücke sollte also ursprünglich eine Variation dieser Grundarchitektur werden. So hätte das dann ausgesehen. Und gebaut worden ist allerdings dann das hier. Das ist eine an der Strecke einmalig realisierte Architektur, also nur die Grubentalbrücke sieht so aus. Und geht zurück auf einen Sondervorschlag der Firma Schleich Bergermann & Partner. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte semi-integrale Talbrücke. Und man sieht das hier, die Pfeiler sind hier ganz besonders schlank ausgeführt. Und dieser Bogen hier, der soll auch einen verbesserten Durchblick hier durch dieses Tal dann ermöglichen. Und das ganze Ding hat im Jahr 2013 auch einen Brückenbaupreis sogar gewonnen. Gegenüber dem Amtsentwurf, der eben zu sehen war, hat diese Brücke erstmal 456.000 Euro dann mehr gekostet. Allerdings soll sie diese Mehrkosten dann während ihrer Nutzungsdauer dann teilweise durch verringerte Unterhaltungskosten dann wieder einspielen. Die Geratalbrücke Bischleben. Ursprünglich geplant als Stahlfachwerkbrücke. Und schlussendlich dann allerdings realisiert, nur mit einer relativ kurzen, stählernen Bogenbrücke. Aber der Ursprungsentwurf dieser Brücke sah tatsächlich so aus. Nämlich fünf solche stählernen Fachwerküberbauten. Man sieht hier übrigens, dort wo diese Brücke steht, befindet sich einer von, ich glaube, vier Abschnitten der VDE 8.1, wo die Strecke 20 Promille Gefälle hat. Im größten Teil der Streckenlänge ist die Steigung ja auf 12,5 Promille begrenzt, damit man überhaupt noch irgendwie Güterzüge über den Berg gewuchtet bekommt. Allerdings, um Kosten zu sparen, hat man auf, ich glaube, drei oder vier kurzen Abschnitten, hat man eben 20 Promille Steigung realisiert. Das schlägt durchaus dann auch auf die Regelgrenzlasten, die also auf dieser Strecke dann von Zügen erreicht werden können, durch. Die betragen nämlich für eine typische Elektro-Lok der 5,6 Megawatt-Klasse, also Baureihe 185, als so eine typische Brot- und Butter-Lok, betragen die 995 Tonnen. Das ist doch ein wenig wenig. Möglicherweise kann man per Einzelgrenzlastberechnung da noch ein bisschen was mehr dann rausholen, indem man sagt, in diesen 20 Promille Abschnitten, wer ausgerechnet dort dann zu stehen kommt mit seinem Zug, der hat dann halt eben Pech gehabt. Man kann in etwa erahnen, wie die Geratalbrücke Bischleben ausgesehen hätte, wenn sie nach dem Ursprungsentwurf realisiert worden wäre, indem man sich die Wipfertalbrücke zwischen Eischleben und Wolfsberg anschaut. Die ist nämlich genau nach demselben Konstruktionsprinzip mit diesen Stahlfachwerküberbauten überbauten gebaut worden und ist damit dann allerdings entlang der Strecke die einzige ihrer Art dann jetzt. Dann, was ich bei den Planfeststellungsunterlagen auch immer sehr interessant finde, ist die Begründung, warum liegt die Bahntrasse dort, wo sie eben dann liegt. Und da stellte sich dann zum Beispiel raus, in dem Streckenabschnitt unmittelbar nördlich der bayerisch-thüringischen Landesgrenze, dort wurde die Strecke extra so gelegt, dass sich planerisch noch nachträglich eine Verbindung realisieren ließe zu der Bahnstrecke, die nach Meiningen führt. Das liest sich dann in diesen Unterlagen so, die geplante NBS-Trasse ermöglicht durch den Einbau einer Verbindungskurve auf der Hochfläche bei Rot den Anschluss der Werra-Bahn. Ergänzende Maßnahmen hierfür wären in Form einer Weichenverbindung bei Baukilometer 35 und der Anordnung einer eingleisigen Verbindung parallel zur Neubaustrecke auf deren Westseite erforderlich. Bei Baukilometer 35,4 würde sich die eingleisige Spange von der Neubaustrecke nach Westen lösen und dann das Grümpental auf einer eingleisigen Talbrücke etwa 300 Meter östlich von Selsendorf queren. Westlich des Grümpentals könnte die eingleisige Spange in Niveaulage geradlinig auf die in Nordwestrichtung verlaufende Werra-Bahn zugeführt werden, wobei dann kurz vor der Einbindung in die Bestandsstrecke die B89 überquert würde. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal eben auf der Open Railway-Map an. Das hier gelb markiert, das ist die Nebenbahn, um die es da geht. Die kommt also dann hier von Sonneberg. Hier oben geht es dann erstmal in so einen Spitzkehrenbahnhof, wo sie dann Kopf macht, Rauenstein heißt der, und dann kommt sie hier wieder und fährt dann hier weiter nach Meiningen. Baukilometer 35, das wäre hier unten irgendwo vor dem Tunnel Müs. Dort würde dann also diese Verbindungskurve abzweigen. Dann müsste man hier erstmal kräftig holzen, um sich eine Schneise durch den Wald zu schlagen. Und dann würde man hier östlich von Selsendorf auf einer, ich sag mal, Grümpentalbrücke 2, würde man dieses Tal dann hier überqueren und dann hier einmünden in die Strecke und dann weiter nach Meiningen fahren. Das ist also eine Option, die wird im Leben nicht realisiert werden, weil diese Nebenbahn dann nach Meiningen ist einfach viel zu unwichtig, aber ist eben durchaus planerisch berücksichtigt worden. Ja, und das war's. Der Vergleich zwischen dem, was man sich in den 90er Jahren so gedacht hat zum Thema Schnellfahrstrecke Ebensfeld-Erfurt und dem, was dann über 20 Jahre später tatsächlich realisiert worden ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr etwas gelernt habt und dann sehen wir uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!